Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich sage ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Es gibt diese Leute, die lassen vor sich herposaunen. Dööö, dööö, schaut alle her, ich gebe meine Almosen, ich bin so heilig. Und das ist genau das, was manche YouTuber machen. Mir fallen an der Stelle YouTube-Pharisäer ein. Über die Pharisäer heißt es, dass sie alle ihre Werke taten, um von den Leuten gepriesen zu werden. Sie haben alles getan, alle ihre tollen Werke. Einfach nur, damit sie gesehen werden von den Leuten, damit sie Ruhm haben. Ihnen ging es nicht darum, Menschen zu helfen, ihnen ging es nur um sich selbst. Und das erinnert mich an diese YouTube-Pharisäer. Reiche YouTuber, die solche Videos machen, in denen sie einfach kostenlos Essen verteilen oder kostenlos ganz einfach Bargeld weggeben. Und das sind super Beispiele für heutige Pharisäer, die das Falsche im Sinn haben. Sie geben irgendwelchen Pennern Geld. Irgendwelche Penner bekommen einfach so kostenlos Essen. Zum Beispiel. Und das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel meint mit Almosen. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ich denke gerade konkret an irgendein Video, das ich vor Jahren gesehen habe, von irgendeinem reichen YouTuber, der kostenlos auf der Straße Essen verteilt hat. Und da drängen sich all die Leute zu ihm. Und das ist nicht irgendwie in einem dritten Weltland. Nicht in einem dritten Weltland, nein. Das ist irgendwo in den USA, glaube ich. Und die Leute drängen sich auf ihn. Aber ich denke mir so, warte mal. Diese Leute können sich bewegen. Sie sind also anscheinend arbeitsfähig. Hm. Aber sie haben keine Arbeit. Scheint mir so. Oder sie sind ganz einfach gierig. Wie auch immer. So oder so ist es falsch. Aber die Bibel sagt, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das heißt, wenn du arbeiten kannst, aber du willst nicht arbeiten, du bist ein faules Schwein, dann verhungere doch einfach. Also Almosen, es geht dabei nicht einfach darum, jedem x-beliebigen Penner, jedem x-beliebigen Bettler Geld zu geben. Das ist zu 100% falsch. Und diesen Leuten hilfst du damit nicht, sondern du bekräftigst sie darin, faul zu sein, nicht zu arbeiten, gottlos zu sein. Du richtest Schaden an bei diesen Leuten. Almosen, was wäre wirklich das beste Beispiel dafür? Wie gesagt, jemand in der Gemeinde. Jemand in der Gemeinde, der eine richtig schwierige Zeit durchmacht. Er ist eigentlich ein hart arbeitender Mann an und für sich zum Beispiel. Aber er macht gerade eine sehr schwierige Zeit durch. Ihm wurde, was weiß ich, seine Grundlage für seinen Job weggenommen. Oder hat es schwer krank geworden. Natürlich sollen wir helfen, auch mit finanziellen Mitteln helfen, aber nicht um von den Leuten gesehen zu werden. Auf keinen Fall, denn dann haben wir keinen Lohn bei unserem Vater am Himmel. Was sollte unsere Motivation sein? Natürlich Menschen zu helfen. Und hey, Gott weiß, dass wir uns als Menschen Lohn wünschen. Wir wünschen uns etwas zurück. Wir brauchen als Menschen Motivation. Gott weiß, wie wir ticken. Aber wir sollten eben den Lohn nicht von Menschen suchen, nicht leeren Lohn suchen, nicht leeren Ruhm suchen, sondern wir werden letzten Endes belohnt von unserem Vater am Himmel. Aber hier ist das Ding. Wenn wir so sind, wie die Heuchler, die vor sich her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen auf dem Gassentum, Vers 2, um von den Leuten gepriesen zu werden. Was sagt Jesus dazu? Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wie haben sie ihren Lohn schon empfangen? Nun, weil sie eben von den Leuten gesehen werden. Sie haben eben leeren Ruhm. Aber es ist eben leerer Ruhm. Weißt du, Ruhm zu erreichen, irgendwie dir selbst Ehre zu verschaffen, dass du anerkannt bist, das ist so leer, das ist so sinnlos. Du hast im Grunde genommen nichts davon. Aber hey, wir können uns auch Schätze im Himmel sammeln. Wir können Lohn von unserem Vater im Himmel bekommen. Und das ist Lohn, der sich lohnt. Das ist Lohn, der bleibt.